Nein. Bist du auf dem Turm schon? Oh, jetzt habe ich auf dem Mond hier. Ja, die Mondmission ist verfügbar hier. Geil. Komm, mach rein hier. Na, wo denn? Na, hoch hier zu mir auf den Orbit, Mann. Na, aber wo bist denn du? Na, im Orbit. Orbit ohne Zucker. Ja, aber ich... Oh, jetzt ist die Mücke hier. Ich kann... Oh, nee. Die hat mir gerade am Ohr gesessen, ey. Und ich hatte sie nicht erwischt. Oh, ist das herrlich. Wie komme ich denn jetzt in das blöde Fireteam von dir rein? Ja, ich habe dich ja eingeladen. Keine Ahnung. Ich sehe aber wieder nichts. Jetzt kann ich bei dir hier reinkommen. Gut, dann komme ich zu dir rein. Was? Du kannst dich nicht anschließen. Es muss aktiv oder im Orbit sein. Bitte versuche es weiter. Ja, ich bin gerade in meinem Ladebildschirm. Ja. Oder kommst du einfach bei mir in die Einsatztruppe rein? Oh, warte mal. Also es scheint loszugehen, Banana. Hier, die Mission ist jetzt verfügbar. Oh, die Mücke frei war ich. Ich kann dir nicht beitreten. Warum nicht? Ich weiß nicht. Unable to join target player. Oh, hier, jetzt lade ich dich zu mir ein. Mach mal. Wenn nicht, das starten wir halt das Spiel nochmal neu. Beide. Es war so klar, dass es nicht funktioniert. Ich habe eine Einladung. Ja, hammer. Beitreten. Jawohl, es geht doch. So, machst du mich wieder zum Obermufti hier? Zum Obermufti? Warte mal. Bist du bei mir? Ja. So, habe ich. Ab geht's. Auf zum Mond. Oh, der Moin. Machen wir gleich mehr. Oh, der Moin. Der Moin. Der Moin, das ging doch geil. Ab geht's, Fede. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Der ist jetzt auch, ja. Oh, jetzt starten wir sogar los, ja. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Wie, mehr gibt's nicht zu sagen? Nee. Na gut. Jetzt hört es doch bitte cheesy her mit dem Rang. Jetzt geht's nochmal. Da fehlt doch links ein ganzes Stück. Von dem Mond. Das war der Rückseite. Das ist das. Kennen Sie das? Irgendwie wird's doch gesagt hier. Auf der Rückseite ist Moon Slate Hitler. Weil der Mond ist das Otersweite. Ja, das ist so. Na klar. Ich habe mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Das ist das. Wir müssen jetzt Hitler sein. Das ist ja. Ja, ja. Michael Jackson auch. Sieht ja ziemlich trostlos aus. Michael Jackson geht da irgendwo auch überset. Ich denke, wir kommen zu denen. Ha, der Moon War kommt jetzt gleich. Löff und steigen aus. Den. Jetzt geht's gleich los. Das ist das. Ein kleiner Schritt für einen Alien. Ein kleiner Schritt für einen Milfhunter. Und ein riesen Schritt für was? Für die Milfhuntererei oder was? Die Milfhuntererei. Guck mal, hängt sogar eine Fahne. Aber trotzdem ist hier keine andere Gravitation. Das ist ja blöde. Jeehu. Jetzt folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten. Oh, warte mal. Schwerzlei Heide. So, ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Okay. Wo geht es jetzt hin? Das ist ja Team-Lane. Ich habe mich auch nicht. Aber was ich doof finde, ist, dass hier die Gravitation hier anders ist. Nee. Naja. Das ist nicht, du. Egal. Boah, das sieht aber ganz geil aus. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten gefallenen Haus an sich genommen hat. Was ist das denn? Hä, was machst du denn du? Schreiben, warte mal. Oh. Ich chille. Das ist mich verarschend. Warte mal. Oh, ich kann hier mein Dingens nicht holen. Dein Moppet. Naja. Ich habe blöde. Das habe ich wegen dir, weil die mich beschossen hast, meine Brandgranate verspendet. War das Reflex. Oh, guck mal, wie schnell sich die Erde dreht in Hündung. Das ist ein bisschen sehr schnell, ne? Ich weiß schon. Das habe ich auch schon gesehen. Was ist das für eine Galaxis, die man hier sieht, ey? Boah, und guck mal hier oben eine Raumstation, aber nur noch in Einzelteilen. Die von Dead Space. Die Fliegen sind hier vorbei. Cool. Das Die von Dead Space, die Raumschätzung. Jetzt kommt gleich die Alienbiester her. Ja, die Necromorphs. Necromorphs. Das wäre ja auch. Das ist alles klar. Ich als Milfandermann habe ich natürlich keinen Unterschied zwischen Necromorphs und dem richtigen Mann. Das wird schon wirklich wichtig, oder? Egal, wie viel haben wir für den Bein? Das war vielleicht zu gut gemeint. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Okay. Gefallene, die werden gejagt. Jawohl, na endlich. Eliminieren die Gefallene. Oh, da kommen sie, die sind unsichtbar. Oh, da kommen sie, die sind unsichtbar. Komm her. Gremmelt. Reine Knarre schießen mega schnell. Meine, ja, ja, ich weiß schon, du, die da fiel nix. Ich mach da aber auch nicht so viel Schaden. Das ist nur die Masse an Schüssen, die da was ausmacht. Ja, aber das find ich durf, weil... Ja, ich mach das. Da ist ja überhaupt keine... Ja, mir gefällt das nicht so, wenn ich so übelst schnell schiebe, weil... Oh, da ist meine Chance, da neben zu schiehen und übelst hoch. H-Hilfe! großartige mails hier kommt ein Raumschiff ein Spaceship ich ging ja voll da neben der Schuss ist der Spacher wie er weggeflogen ist der Spacher ich bin gleich tot, warte mal, ich dachte lieber schon was ich bin schon wieder super bereit mir lebt noch Absoluter Pro-Gamer hier, wie ich lebe jetzt. Bitte? Du bist ja immer schneller hier an dem Ding, oder? Ich gehe den Dattlei ab. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wo man gerät wird. Hier, die Schienen hier oben, oder was? Ach so. Dieses Rohr, oder was? Oh, ich erinnere uns. Das ist einfach nur, dass der neue TGW, der Hochgeschwindigkeitszug da durchgabend ist. Also, meinst du nicht hier, das Transrapi? Nee, Transrapi. Das ist doch immer hier. Ach du shit. I am gleich dead. Genau. Ah, das hat mich schön. Oh, hier, cool. Ah, ich bin auch gleich jetzt. Ach, die bist toll, oder? Ich kann mal hier. Ja, nee, das brauchst du hier noch nicht machen. Hier ist ja noch eine Respawn eingeschränkt. Hier kann man ja immer noch nicht machen. Guck mal ganz schnell, wie sie bauen. Ach so. Okay. Das ist so wild. Das ist dann erst. Nachher den DGW. Das ist ein Kacke. Ja. Aber die halten ja auch doch schon eine ganze Ecke mehr aus. Oh, die dummen Geächteten hier. Was Geächteten? Naja, ich hab keine Ahnung, wie die bei dir heißen. Wenn du hier so cool bist und auf Englisch spielst. Was sind die überhaupt? Ähm, was, was, wie sehen die aus? Die Geächteten bei dir? Nein, Standardtypen, die sich immer wieder hier hinter der Deckung verstecken und dann mal so rumklotzen. Die blöden Bracken. Ach so, ja. Die haben Raster erlocken, oder was? Boah, das gibt's doch nicht. Wie hält denn der Bastard aus? Das ist der scheiß Schild, den wir immer wieder aufnehmen. Wenn man den Brot haut. Boah, das teleportieren wir nicht. Das weiß ich nicht. Einfach mal mega fett in meiner Knarre. So, ich hab hier einen Dienst reingeschaltet. So, jetzt können wir unser Moppet nehmen. So, was kannst du nehmen? Das Moppet. So, warte mal, ich will mal kurz Eis essen nehmen. Ha, ich will mal kurz Eis essen. Oh, hier vorne fahren so Moppet rum. Ey, ich glaub das sind solche Moskitos. Wenn man die da wunderbar hat, dann kann man die selbst benutzen. Hm, nochmal. Mach ich mir was nachschauen. Nimm ihm doch netz. Daaaah! Hier ist schon einer von den Backen hier. Boah. Bist du wieder weit weg? Na ja klar, der ballert schon auf mich hier. What the fuck? Ach das Teil? Ja. Alter! Boah, ihr Senke. Den kannst du nach dem Halt auch selbst benutzen, das ist das Geile. Bist du auch tot? Natürlich. Du kannst dich. Du kannst dich. Ja, ich habe das Ding. Woohoo! Gut. Toll. So, ich warte jetzt mach dich. Ja, Entschuldigung, der Noob ist gestorben. Ne, der Noob ist gestorben. Wir müssen mal gucken, hier sieht die Schmerbe voll. Wir müssen mal gucken, hier sieht die Schmerbe voll. Ja! Boah, hier ist nochmal so ein blöder Schmerz im Sinne. Das ist eine ganze Zeit. Ja. Ja. Diese scheiß. Hass ist hier. Das hat er mir natürlich das Auto geklaut. das war ja klar kann man reinschwein das war ja klar na klar hier mehr fußball ich hab so gesagt aber nee du willst ja unbedingt auf diesem mün ja der snow moon that's the space station aber den raffst du ja wohl ne oh hier sind noch solche mobbets mal traf ich nicht was war das jetzt nur nun setzt die space station jetzt nicht mehr boff ballern edu sau jetzt wird er noch den besseren ich mache damit ich hier viel an und gehen kann so jetzt kannst du das nehmen ich glaube wir müssen hier hin oder ja aber ich erst noch kurz ein moment Ah, ihr ballert was. Oh ja. Ah, oh Gott, oh Gott, jetzt halte ich hier gleich nur noch. Okay, Momohin, Schenks, gönn. Okay, ich hab's noch geschossen. Oh, Molle. Die Fahrzeuge, dann kriegen die, werden die, äh, reparieren die sich auch selber wieder, so wie das Leben. Das ist irgendwie, ich wollte die eigentlich behalten. Ja, ich meinst, sorry. Aber ganz ordentlich. Da flog ich davon. Kannst mich wiederbeleben? Nein, du hast alles. Nee. Ach, ich bin noch, der Respawn-Punkt ist direkt hier. Da verlierst du gar nichts. Hä? Der flog hier auch ein bisschen vor uns zurück. So wie immer. Jetzt hast du natürlich das andere Mal zerstört, ey. Du bist ein Held. Oh, Panzer, geil. Hier stehen neue, guck mal. Ach so, ich dachte, hier die Dinger kann man nehmen. Lass die Dinger doch leben, falls wir noch einen brauchen. Die sind ganz hier, die brauchen wir, brauchen wir. Die müssen da einen. Nee, nee, nee. Vorsorge, hilfst du, damit die andere durchsteigt? Ach so. Wer denn? Wer, welcher andere? Ist niemand, wir sind ja vom Mond. Wenn jetzt der Mann im Mond fängt gleich vorbei oder der kleine Prinz. Boah, ich glaube, das ist das Ding hier. Der kleine Prinz, ja. Tja, hierhin war er unterwegs. Ich wusste, wir würden das tun. Ich schieße mir recht gar nicht so viel aus. Was? Ich schieße ja volle, knete draußen. Was soll ich überhaupt nicht? Schieße du mal auf das Auge, ich mache ja das kleine Speedbait, was hier rumsteht. Bleib gerade ab. Das ist das Problem. Hier fliegt er doch. Ich glaube, ich schieße lieber so draußen. Das macht ja mehr Dämpfeuer jetzt. Da ist das nicht das gelbe Auge hier. Ja, ja. Sehr sicher. Halt sie auf. Boah, dieses Wackenauge. Ich kann ihn gar nicht. Ich kann ihn gar nicht. Ne, ne, ich habe auch. Also ich habe ihn versucht, ich habe ihn nicht gebraucht. Doch, es geht. Aber er hat eine ganz, ganz kleine Vorstellung in der Mitte. Und es ist ganz schön penetrant, das scheiß Ding. Das ist echt eine ganze Manitur verballern für das Ding, oder? Ja, klar. Das ist immer Platz. Das ist auch nicht warm. Ah, schick. Das ist auch nicht so. Sei blöd. Ich bin dein Auto, ja. Ich bin die ganze... Ich mache nichts anderes. Oh, ihr Schweine. Jetzt ist er gleich durch. Da passt doch. Yes, geil. Gut gemacht. Sehr schick. Gold haben wir. Ich habe keine Moni mehr. Ich habe echt meine ganze Moni dabei. Erd was gesagt. Na ja, die lassen doch immer wieder was fallen, ja. Ey. Warte, ich fahre nochmal zurück. Bleib eh. Da ist ja was liegen. Da haben mir so viele Typen gekillt. Hier ist doch auch noch so Auto. Oh, fuck. Hier sind noch Gegner. Da sind noch einige. Da sind sogar noch so die Moped-Gegner. Na hier, von wo wir gekommen sind. Ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn, ich sehe dich gar nicht. Na hier auch. Ah, ja, okay. Die sind schon wieder gespawnt. Ja. Deshalb sind da so viele dann. Hm, ich nehme mal das Auto. So, muss man denn eigentlich hier? Auto, bitte. Oh. Hä? Die Zielangabe ist irgendwie so ein bisschen unklar, oder? Ach, hier oben rein in dieses runde Ding hier müssen wir. Ja, ich wollte eigentlich erst mal die Gegner hier kennen. Ja. Ich würde mich ja mal über die Munition freuen. Ich zeige mal aus. Na, mach du mal irgendein Crash. Helium-Spulen öffnen, was ist denn das? Helium-Filamente habe ich jetzt eingesammelt. Oh. Wen? Gibt's mir doch mal Munition? Achso, ich hab schon. Cool. Hab nicht besagt. Alles in Ordnung. Nicht. Hast du noch Gegner hier, oder was? Hab ja unten schon alles weggerotten. Wo will ich dich? Ja, hier weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Na ja, dann gucken wir mal, dass wir hier reinkommen, oder? Was denn da oben in das Ding, oder was? Dann kannst du da nicht einfach hier hochgehen. Na ja, hier. Ne, hier, wo willst du hin? Hier in das runde Ding. Ja. Ah. Da fährst du rum. Nochmal schön gegen die Kiste hier. Hier, guck mal, die Dinger kannst du einsam in Helium spulen. Keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Ich lass liegen, wenn sie du jetzt sollst. Achso. Na gut. Das ist... Na ja, ich würd's mitnehmen, aber, äh, kann sie auch liegen lassen. Ich mein, schon überflüssig. Ich würd keinen Grund haben, dass das hier rumliegt. Und dass man's mitnehmen kann. Ich bin nur da, damit deine, die Stimme von deiner Figur gehört link. Das ist gar nicht weit von dir. Nee. Sport. Guck mal her. Was passiert denn jetzt hier? Keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. Entdecke einen verborgenen Tempel, wo der Hüter verschwankt. Wie kann man denn den verborgenen Tempel entdecken? Wie kann man denn hier die Gegner aller Nase lang, ey, das ist ja nicht. Finde den Tempel von Grothaden. Grothaden. Das ist jetzt ein Treter, eine Arztbühne-Scheine oder so. Ja, wie müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Das zeigt nichts richtiges an. Wir müssen hier ein bisschen suchen, wo wir hin müssen. Hier hab ich was gefunden. Oh, komm mal hier zu mir, ich hab hier ne Kiste gefunden. Mit Knete. Jetzt steigst du gar nicht mehr ab von dem Scheißding, oder? Nee. Warum? Du musst aber absteigen, um die Kiste einzusammeln. Danke. Let's loose. Was hab ich denn eigentlich mitgegangen, soll ich? Das sieht eigentlich nix von der Auslegung, in dem Gas gibt, oder? Die Funken, die da sprühen. Das kann nix machen. Nichts. Was ist hier hier hin? Krass, wo ist denn das da hinten? What? Schon geil, aber. Oh, cool ist mal wieder unten. What? Jawohl, genau. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Hier ist mal ne Held. Und hier ist ne Kiste, oder? Oh, ne. Nö. Ich glaub, du musst dich wiederbeleben, aber von alleine. Ich muss es machen. Ja. Also hier ist ja ein Missionspunkt markiert, aber da waren wir vorhin und dort war nix. Wir hätten vielleicht zuhören sollen, was der blöde Roboter gesagt hat. Du hättest zuhören sollen, ich wurde da nicht mit drin. Ist das hier ne, so ein verborgener Tempel? Ich mein, das sieht doch aus wie ein verborgener Tempel. Achso. Ich bin da fast wieder hereingekommen. Wie fisch denn die? Na hier, bei den fummischen Leuchtdingern. Was ist das für eine grüne Suppe da unten? Keine Ahnung, jetzt hat er mir das Auto geklaut, ey. So ein Affe. Also hier oben ist ein Punkt markiert. Vielleicht fahren wir jetzt, aua. Vielleicht fahren wir jetzt, oh. Alter. Lass mich doch mal raus. Wo ist ein Punkt markiert? Du meinst du ab, oder was? Nee. Dann siehst du immer mal hin, hier ist ja was markiert. Ein kleiner links. Ja, ja. Keine Ahnung, ob wir da richtig sind. Dann fahren wir wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Na ja, gut. Nix. Vielleicht war man ja falsch. Hier unten zeigt sie es jetzt an. Hier auch noch uns, ne? Na guck mal, hier steht Go to Orbit. Wir können hier ins Orbit gehen, ey, oder? Ich wüsste mich. Ne, da hinten geht's durch. Ach, dort hinten, ja. Ey, jetzt ist es auch. Na ja, dann gehen wir mal hier lang. Guckt doch keiner. Schmalen durchgehen, ja. Was ist das für eine Lampe hier? Kehrlampe. Oh, guck mal an hier, ein russischer Kosmonat. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Oh ja, genau. Tempel of Kroda, hier ist es doch. Nice. Was sind du? Da? Ja. Ach so, hier drüber. Ah. Aha. Wie mega verborgen kann der Nissa ein, oder? Ich nehme, ich fliege einfach und nehme den Raumschiff drüber und dann sieht man das Ding. Ja, ich bin schön. Da vorne, ein gefallener Hüter. Ich belebe den verlorenen Hüter wieder. Wo ist er denn? Da. Nee. Ich sichere uns ab. Ich sehe uns den Scheiß, die ganzen Lüge mit meiner Karre. Oh, der ist jetzt so paranoid wegen dem Scheiß-Auto. Das ist ja nicht normal, ey. Okay, der macht nichts. Naja, der macht halt keinen kritischen Schaden, das ist bei Rotz an den Dingern. Und dann machst du Oma, oder? Was denn? Der blödelt. Oh, was geht denn jetzt? Bläts bei mir. Oh, ich dachte schon, die Verbindung unterbrochen, oder was? Das war gut gewesen, ne? Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. There's nothing left. Wo ist sein Geist? Gottes Willen. Slimer, du fressen. Wer hat? Ein Slimer. Sag mal, du hast du Ghostbusters auch nie gesehen? Nee. Oh. Ey, die alte hier, die da oben steht, die hat man ganz am Anfang nach dem Tutorial mal gesehen. Jetzt ist sie wieder weg. Was ist denn das für eine Bitch? Hab ich ja gesehen, vorgerade in der Kirche. So, was kommt jetzt hier raus? Nicht was dickes. Ja, ich bin jetzt respawning, restriktiert. Oh, was ist mein Auto? Was ist mein Auto? Nein, das ist mein Auto. Fucken, ja. I am dead. I am dead. Was sag doch denn? Alter! Was geht denn ab, die scheiß Biester hier? Zu Hunderten verfolgen sie mich. Ich versuche nur zu überleben, ich kann nicht zu dir kommen. Das geht ganz gut so erstaunlicherweise. Ist es wieder da? Ja. Irgendwie seltsam. Manchmal hat man hier Mond Gravitation, aber manchmal dann noch nicht. Sehr strange. Ich war noch nie auf dem Mond, ich weiß nicht wie die Gravitation da drin ist. Ja, ich sehe jedenfalls auf der Erde, oder? Na ja, so wie ich gehört habe, kannst du dort unten einen Hammer und eine Feder gleichzeitig fallen lassen und dann betest du ihn vor dem gleichen Zeitdampf. Na ja, weil eben viel Luftwiderstand. Zack! Jetzt bin ich doch tot. Überleben, ich muss überleben! Oh! Nee, kann ich nicht. Oder... Fuck! Och, nö! Okay, das ist aber krass hier. Wir haben die Schar geweckt. Sie lassen es nicht trennen. Das ist krass hier. Ja. Vielleicht wollen wir jetzt gleich hier auch nicht reinholzen. Ich habe jetzt eine Granate rein. Ja, mach. Ja, mach. Oh, krass. Ja, natürlich hält der Hälfte noch hier. Oh! Wenn du es rückwärts springen kannst, kommst du dir eigentlich ganz gut zurangelegen. Jetzt beschissen ist, dass die dummen Artillerierritter hier auch noch ballern. Als hättest du mich schon mit dem dummen Bucken hier genug zu tun. Du wolltest schwer einstellen. Ja klar. Ich fass noch mal auf. Wenn wir jetzt 2 Stunden lang shoppen müssen. Ja, dann bin ich auch schon eingeschlafen. Boah. Ich dachte, das ist ja eben ja. Das war alles gut. Ja. Hier, oh, warte mal, hier von, von, ähm. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich habe auch nur noch 8 Schuss für meine Shotgun hier. Ist schlecht. Boah, die ging ja voll daneben, die Granate, ey. Ja, die ist an den Dude abgesprungen. Na ja, geht nicht. Ich glaube, wir machen erstmal die Ant und Kleinen hier. Nicht den Ritter, sondern die, die anderen. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das denn? Oh fuck, jetzt habe ich mich gesprengt, nein. Hilfe. Ach, der Ritter ist immer hier. Oh, moin Habnats. Ähm, die Beta geht bis heute, ne, morgen, also Sonntagmorgen 7 Uhr. Oder noch 15 Sekunden überleben. Dann kommst du da rein. Yo, Alter, danke. Oh, super. Boah. Haben wir die, Alter? Geil. Geil. Schau mal, schön mal kurz die Ausruktion checken. Oh, Scheiße. Warte, 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 hier kommen noch gleich einige. Oh, das ist ja auch. Das macht ja auch eine Nährstress. Mega krass. Na, ist ja, nicht so lange. Das ist so ein Stress drüber. Oh scheiße, hier ist so eine Hexe. Ich hab sie schon gut getroffen, weil ich ja die Special drauf gehauen hab Das war's schon Naja, das war doch recht entspannt jetzt so Diese Höhen reichen Kilometer Na warte, tief in Die Schar stellt hier eine Arme auf Wir gucken, vielleicht kann man ja noch eine Mission machen, muss ja egal, ich glaub's auch nicht Na, ich stell dir mal vor, auf auf, wir haben das schwer gespielt, also das Ding mal auf normal vor Da wär's wohl gar nix, sind wir ja Kinderkram gewesen, na Na, wie hat's immer jetzt gestorben? 5, 6 Mal und gucken, was zeigt sein an Was, so oft, ne Na ja, doch ganz am Anfang, stimmt Oh, was haben wir da hingekriegt Toter Geist, Missionsprämie Aha Ja Na ja Hast du noch was gekriegt, ne 30 Minuten, auch das ging aber, ne Steht in die Zeit? Ähm, da wo du auch Kills und sowas siehst Aber, ja Zu spät Dzę d También Danke für deinen Follower, HubNoss. Vielen Dank. HubNoss. Oh, guck mal, ich habe Upgrade. Yay! Cool. So, jetzt einmal kicken, ob es hier noch was gibt. Ah, schade. Wären angezeigt, aber man kann es leider nicht auswählen. Voraussetzung nicht erfüllt. Voraussetzung nicht erfüllt. Aber hier im Turm haben wir Mission wahrscheinlich was zum Abgeben. Da gehen wir mal dorthin und machen wir die Mission nochmal, oder? Ich meine, die war ja ganz lustig. Das wenigstens nochmal was Neues hier. So, dann kann man es ja nicht machen. Schade, ich hätte gedacht, da kommt noch etwas Dickeres. Irgendwelche krasseren Gegner oder so. Das war ja alles nur altbekanntes Zeug. Ja. 16 Inbox-Nachrichten lecken. So wichtig. Nee. Alles Spam oder was? Du spielst für jeden. Nee, das für jeden Scheiß, das ist ein extra mehr. Ich habe Karten bestellt und da kriegst du dann für jedes Mal, würde ich auf den Button drückst in der Mail. Karten bestellt, was denn für Karten? Ja, was wir heute gespielt haben. Ach nee, gestern brauchst du's zu kriegen, weil du brauchst du eine Sonne. Heute war ich da bei euch, ja. Mann, oh Mann, dein Zeitpunkt ist heute echt nicht so cool, wa? Ah, nee, nee, lass mal. Ich habe eine Message. Glasscherben hab's bekommen, juhu. Geil. Glasscherben, so'n Rotz. Da haben sie dir Müll zugeschickt, oder was? Hier hast du die Glasscherben, wir brauchen sie nicht mehr. Die wussten wahrscheinlich schon, dass du den Scheiß nimmst. Oh, ich habe auch neue Schuhe gekriegt. Die sind nett. Ey, das kotzt mich am meisten an, dass jetzt wirklich die Beta bald vorbei ist und das ganze Zeug ist weg. Das ist doch mies. Hm, ne? Also ein paar Sachen zum Abgeben. Hier hinten im Nordturm gibt's schon mal auch noch was. Geil, ich habe auch Gläserne Bruchstücke bekommen. Krass. Wollte ich nicht mehr. Cool, war? Mega, geil. Guck mal, ich habe doch hier noch. Hier hinten im Fußballgang, da gibt's noch eine Mission zum Abgeben. Im was? Im Fußballgang, wo wir Fußball gespielt haben, hier hin dazu. Ja, ich kann bleiben. Was ist denn das eigentlich von Dingern? Ein Scanner oder so? Ein Scanner. Nicht hier, wo ich gerade bin. Die Stimme des Reisenden, was hat er denn für mich? Achso, hier musst du den Geist abgeben. Erlass des Sprechers, ja, okay. Und dann? Setz du dein Licht weiter ein. Das muss ich für der Warner sehen. Oh, kein Stress hier, ein Rumgerenne. Ein Rumgerenne. Das ist Stress, das Spiel hier. Pur. Stress pur. Stress pur. Jetzt gerade nicht mehr, aber vorhin, das war schon ganz geil. Aber wenn man zu dritt gewesen wäre, dann wäre es schon zu einfach gewesen. Also mit Level 9, naja, kannst du auch gut mit Level 7 spielen, denke ich. Hm. Hast du da die Bounties schon geholt, ja? Ja. Achso, ich kann mir eine Waffe abholen. Klasse. Scharfschütze, Schrotflinte. Ich glaube, eine Schrotflinte habe ich noch eine. Copperhead Typ 32.